Hallo Leute, ich möchte heute einen kleinen Kommentar abgeben zu der Diskussion um die Übergewinne, die Ricarda Lang von den Grünen angestoßen hat. Zunächst einmal, hier ist der Ausschnitt aus der Pressekonferenz, in der sie das Ganze gesagt hat. Frau Lang hat explizit angesprochen, dass es um die Konzerne geht, die wirklich Übergebühr an dem Krieg Gewinne erzielen. Das heißt, wir sollten wirklich schon mal den Fakt nehmen, dass es gar nicht um jeden Unternehmensgewinn per se geht. Das heißt, dieser ganze Aufschrei ist durchaus ein wenig zu sehr Hype. Kommen wir doch alle erstmal wieder ein bisschen runter. Weil das, was dort gerade insbesondere im Netz abgeht und gerade auch entgegen der Person Frau Lang, das geht gar nicht. Das ist keine Meinungsäußerung mehr, das ist Anfeindung, das ist Hass und Hetze. Gehen wir doch deswegen wieder auf die Fakten zurück. Übergewinne. Ihr findet unter diesem YouTube-Video in den Links den Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Und da steht zum Beispiel, dass gerade in Kriegs- und Krisenzeiten eine solche Übergewinnsteuer, gerade in USA, Großbritannien und Frankreich, durchaus schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Sie war temporär und sie hat dafür gesorgt, dass die Konzerne, die wirklich in Krieg Gewinne erwirtschaftet haben, die wirklich aufgrund des Krieges auch waren, durchaus einen Teil davon abgeben mussten. Nicht jedes Unternehmen musste Sondersteuer zahlen. Ganz im Gegenteil. Es gab klare Mechanismen, die Gewinne erstmal geschützt haben. Aber nehmen wir mal ein Beispiel, was gerade passiert. Und das ist nämlich das Beispiel in Italien. Italien besteuert explizit die Ölkonzern und die Ölindustrie, weil die gerade massiv daran verdienen. Und es geht nicht darum, dass jetzt jeder Gewinn auf einem Übergewinn besteuert wird, sondern wenn ein Unternehmen so viel Gewinn macht, dass es einfach ein Limit oder einen Wert erreicht hat, der wirklich richtig extrem hoch ist, dann sollte es davon auch etwas abgeben, weil andere Unternehmen ja eben an der Krise leiden. Und das ist auch das Prinzip der Solidargemeinschaft, dass auch Unternehmen ein Stück weit mittragen müssen. Und darum geht es. Und ich finde auch, dass wir über diese Übergewinne in Krisen- und Kriegszeiten durchaus sprechen müssen, insbesondere bei den Konzernen, die gerade im Bereich der fossilen Energie solche Gewinne erzielen, die wir wiederum eigentlich auch brauchen, um unsere allgemeine Wirtschaft, ich meine Pandemie ist ja immer noch, stärken und sichern können. Und wenn man davon nichts abgibt, dann wird es auch schwierig, dass man später wieder auch einen gescheiterten und gesunden wirtschaftlichen Boden hat. Und den müssen wir auch gemeinsam hier in Europa wieder erreichen. Und deswegen, diese Übergewinne, sie gab es bereits, sehr erfolgreich in Großbritannien, USA und Frankreich und sie sind sogar aktuell in Europa sogar wieder nicht nur diskutiert, sondern wie in Italien sogar umgesetzt.